Einen wunderschönen kalten guten Morgen hier aus Salzburg von der Strecke Salzburg-Rosenheim. Wir sind heute unterwegs im Schneegestöber auf einer ganz gemütlichen Fahrt mit unserem ICE3, der mal hier ausnahmsweise heute unterwegs ist. Und da steigen wir jetzt ein, rüsten ihn auf und fahren dann los, denn wir haben schon Signal und fahren dann gleich los. Eingestiegen im Führerstand, einmal den Fahrtrichtungswändern, Vorwärtsstellung, dann können wir noch einmal kurz die Türen aufmachen auf der linken Seite. Genau. Ja. Dann einmal hier nach rechts gedreht. Wir schauen mal, dass wir die Transparenzsteuerung anmachen, beziehungsweise eben die Transparenzscheiben hinten, damit uns nicht überdrücken geguckt. wird oder auf dem Rücken geguckt wird, je nachdem. Und dann sind wir auch schon beinahe abfahrbereit. Schalten einmal die Beleuchtung im Zug an. AFB geben wir noch frei. Jawohl. Und schließen auch wieder die Türen. Spitzensignale auf normal. Genau, vorne dreimal weiß, hinten zweimal rot. Da fährt gerade nur 111 aus, oder? Oder fährt sie gerade ein? Erdostos auf jeden Fall. Ja, der wird aber hinter uns herfahren. Ah ne, gar nicht. Wie fahren dem jetzt hinterher? Uiuiuiui. Da werden wir mal schon, wie das ist. So, Bremsen sind gelöst. PZB vielleicht auch noch anmachen. Ja, LZB-Störung, Übertragungsausfall, Freitaste-Betting. Signale und Fahrplan beachten. Gut. Wissen wir dann Bescheid. So, jetzt ist die Störung auch weg. Und dann können wir los. Oder nicht? Moment, fehlt da noch was? Panto ist oben. Genau, Bremsen. Was habe ich denn vergessen? Makro brauchen wir nicht. Führerstandsbeleuchtung auch nicht. Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. Hauptschalter ist an. Ja, das passt soweit. Abfertigen. Die Türen sind zu, ganz offensichtlich. Beleuchtung wird es jetzt auch nicht sein, woran es scheitert. AFP auch nicht. Oder doch? Machen wir mal die AFP aus. So. Und fahren dann jetzt mal los. Oh, doch. Oh, der Sound. So toll. Es ist wirklich der absolute Hammer. Diese Sound-Mod, die mir ja mein guter Freund, der Raphael, zur Verfügung gestellt hat, die noch nicht fertig ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob sie erscheinen wird irgendwann. Aber ich habe auf jeden Fall das Glück, das müssen wir jetzt glaube ich nicht bestätigen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Da habe ich das Glück, dass er mir die Sound-Mod dankenswerterweise geschickt hat. Und wie sie jetzt benutzen können. Da würde ich nochmal auf jeden Fall allen Leuten wärmstens empfehlen. Hört euch das Ganze nochmal mit Kopfhörern an, beim Anfahrts-Sound. Das ist mit den Handy-Lautsprechern, kommt das nicht so gut drüber. Aber mit Kopfhörern ist das ein unfassbar gutes Erlebnis, sich die Sounds da nochmal genauer anzuhören. So, wir befreien uns nicht, weil wir in Österreich sind. Können aber schon mal auf die 60 hoch. Und schalten uns dann einfach gleich während der Fahrt die AFB hinzu. Ja, das ist das erste Mal, dass wir in diese Richtung fahren. Oh, ups, da habe ich die 45er Überwachung vollkommen ignoriert. Aber das bietet wenigstens nochmal für alle die Chance, das habe ich jetzt extra gemacht, das bietet für alle die Chance, sich nochmal diese wundervolle Sound-Mod anzuhören. Genau, also da, wie gesagt, setzt euch Kopfhörer auf, ich halte mal ganz kurz den Sabbel, den sogenannten, und dann könnt ihr euch da nochmal anhören, wie der Sound-Mod klingt. Gänsehaut. Also wirklich einfach nur toll. Aber wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, denn die Sound-Mod gibt es halt eben noch gar nicht öffentlich. Und ob die überhaupt nochmal kommen soll, steht auch in Frage. Falls ja, werdet ihr es natürlich von mir dann wissen, aber ansonsten müsst ihr jetzt erstmal leider ohne Sound-Mod leben. Aber dafür leben wir hier mit diesen wunderschönen Bildern. Früh am Morgen ist es verschneit und wir fahren durch Österreich, beziehungsweise aus Österreich raus mit unserem ICE. Gibt es da was Schöneres? Ich würde behaupten, nur wenig ist noch schöner. So, wir dürfen noch 100 fahren. Wir nehmen mal den Leistungsschalter auf Aus. V-Soldstelle einmal durchgedrückt und dann machen wir mal die AFP an. Und dann gehen wir mal auf die erlaubten 100. Und können jetzt mal die Geschwindigkeit ausfahren. Wir haben keinen Zwischenhalt. Wir schauen mal, dass wir allerdings trotzdem in Freilassing halten. Das ist halt, das Ganze ist halt durch den, ja, durch das Tool, mit dem man sich selbst Ziele setzen kann, erstellt. Durch den sogenannten Free-Roam-Modus. Und das Fahrzeug ist gespawnt worden, einfach auch eben durch den Free-Roam-Modus. Und das hat schon echt was Seliges. So, da kommt uns noch ein Talent der ersten Generation von den österreichischen Bundesbahnen entgegen. Ab hier gelten dann 120. Und ich sehe da was Gelbes voraus. Daher nehmen wir die Leistung auch raus. Und fangen schon mal langsam an zu bremsen. Ja, sehr gut. Signal ist umgesprungen. Aber wir werden jetzt trotzdem nicht anfangen, jetzt wie wild zu beschleunigen. Denn vor uns ist, glaube ich, noch ein Talent ausgefahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, da ist natürlich klar, dass der, ja, erstmal nicht so schnell vor unserer Nase verschwinden wird. Wobei doch bei Freilassing dann eben schon, denn da wird er dann nicht mehr weiterfahren in Richtung Deutschland. Also, da haben wir wieder gelbes Licht, das uns da erwartet. Das heißt also, uns wird ein Halt angekündigt. Ganz vereinfacht dargestellt. Einmal hier am Container Terminal vorbei von Salzburg-Liefering. Genau, da wird, das ist noch der Stand, wo das Terminal noch gebaut wird. Beziehungsweise nicht das Terminal, sondern der Bahnsteig. Der ist hier noch im Bau. Das Signal ist auch wieder umgesprungen in der Zeit. Bis wir an dem Signal vorbeigefahren sind. Hier werden Baumstämme ganz offensichtlich gelagert. Und warten wohl auch auf den Weitertransport vermutlich durch den Zug. Unter anderem, oh, das ist aber schön. Ein sehr schöner Vektorn. Güter gehören auf die Schiene. Wir sind güter.de. Von DB Cargo. Toll. So, wir sind nicht mehr allzu weit entfernt von Freilassing. Gleich kommt die Trendstelle. Die wird uns auch hier... Ich habe vollkommen die Ankündigung übersehen. So, jetzt können wir auch den Hauptschalter wieder reinschießen. Und dann müsste jetzt hier vorne eigentlich Freilassing kommen. Genau. Da halten wir auch an. Meine Damen und Herren. Wir haben nun Freilassing erreicht. Und der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. So, ich denke mal hier vorne bei der Haartafel können wir dann anhalten. Vermutlich sind wir sogar schon viel zu weit nach vorne gefahren. Züge mit einer Länge von 310 Metern. Ich glaube, unser ICE ist ungefähr 200 Meter lang. Oder? Schauen wir mal ganz kurz ins Menü. Ja, genau 200 Meter. Einmal ganz kurz in den Fotomodus reingesprungen. Weil das hier unfassbar schön aussieht. Also wirklich. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die das System, das Wettersystem seit TSW 3 unfassbar gut gemacht haben. Ja, perfekt ist es nicht. Das ist ganz klar. Aber es ist schon sehr, sehr gut. Zumindest was so die Beleuchtung bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang angeht. Und auch im Schnee und so. Das macht schon unfassbar viel Spaß. So. Wir gucken uns einmal hier vorne um in Freilassing. Das ist der Talent, der gerade noch vor uns hergefahren ist. Der fährt jetzt wieder zurück. Da vorne ansonsten noch eine Elfer. Nicht einsteigen steht dort. Und ich glaube, an unserem Zug steht allerdings kein Zugziel. Nee. Aber, ja, das passt so halbwegs immerhin. Also immerhin wird hier ein Fernverkehrszug angekündigt. Zwar nicht unserer, aber das ist ja schon mal was. So, wann fährt der eigentlich wieder zurück? Um 7.40 Uhr ist er das? Nee. 7.17 Uhr an drei Minuten. So, wir können die Türen schließen. Da vorne noch ein... ...eine 3,63. Wir lösen die Bremsen. Und jetzt nochmal hingehört. Es ist wirklich toll. Sehr, sehr schön. Ja, ich finde, das hat immer so eine gewisse Form von Gemütlichkeit. Wenn es im Simulator schneit, wenn es kalt ist, wenn es draußen auch durchaus... Ja, also es geht jetzt langsam auf den Frühling zu. Das Wetter draußen in der Realität. Aber T-Shirt-Wetter haben wir halt noch nicht. Und da hat es dann so eine ganz besondere Form von Gemütlichkeit, wenn es dann doch auch im Simulator schneit. Und man aber sich dann so ein bisschen hineinversetzen kann in die Lage, wie es ist, hier im beheizten Führerstand zu sitzen und es einfach genießen zu können, diesen Zug hier zu fahren. 140 dürfen wir gleich fahren. Vorbei an der 110er. An der Zugwelt Freilassing, wie es heute mittlerweile heißt. Und wir stellen mal den V-Soldsteller auf 140. Ein bisschen mehr Leistung können wir reingeben. Schauen, dass wir nicht in den Radschlupf kommen. Das passiert bei den Bedingungen doch recht schnell. Wobei da, ich glaube, unser ICE 3 gar nicht so extrem anfällig ist für Radschlupf. Das ist bei der 101 dann doch was ganz anderes. Da muss es auch nur ein bisschen nass sein. Da kommt sie direkt, gerät sie direkt in den Radschlupf. Das soll aber ziemlich realistisch sein. Das ist, glaube ich, bei den echten 101ern nämlich auch so, dass die bei gutem Wetter ziemlich stabil sind, wenn man so möchte. Aber sobald es dann noch ein bisschen nass wird und rutschig, dann protestieren die 101er dagegen. Schön, das kleines Häuschen hier. Sehr schön. Und was wir da gesehen haben. Gehen wir mal hier in die Kamera 3. Wenn wir uns den Pantoneer angucken. Ja, herrlich. Das ist so ein cooles Feature. Ich mag das so sehr, dass das mittlerweile drin ist. Das ist, glaube ich, seit TSW 3. Kurz mal auf die Signale geguckt. So, zurück in den Führerstand. Da ist es auch nicht mehr so laut. Und ja, so fühlt es sich an, einer von diesen Leuten zu sein, die teilweise auf Zugdächern mitfahren. Wobei das eher selten auch bei Personenzügen passiert, sondern eher bei Güterzügen. Aber natürlich niemals machen. Das ist höchst gefährlich. Vor allen Dingen, wenn eine Oberleitung mit dabei ist. Aber auch ohne Oberleitung ist da auch allerhöchste Lebensgefahr. Und selbst wenn nicht, dann ist das immer noch ein gefährlicher Eingriff in den Bahnbetrieb. Und kann sehr hohe Strafen nach sich ziehen. Von daher sollte das jemals jemand vorhaben. In den Worten von... ...vom Chefredakteur der Welt. Bitte nicht. So, wir müssen mal ordentlich langsamer machen, denn... Ja. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Ja. Der Geschwindigkeitsprüfabschnitt hier vorne. Da sehen wir die Magneten. Da haben wir viel zu... viel zu langsam agiert. Ich sande noch, damit wir ein bisschen mehr Traktion haben beim Halten. Und damit, hurray, die zweite Zwangse. Ja, ich habe es verstanden. So, das ist die Ankündigung auf 100. Dann können wir den V-Solzschlauch direkt auf 100 stellen. Schauen, dass die Bremsen gelöst werden. Ja. Ja, läuft irgendwie nicht so gut heute. Das kann man mir auf jeden Fall attestieren. Das mit dem Fahren ist heute... ...ehr schwierig. Aber, na gut. Attestiert ist, ne? Das finde ich auch komisch, dass man manchmal so mitten auf der Strecke... ...Ansagen von irgendwelchen Bahnhöfen hört. Ist mir schon mal aufgefallen. Auch witzig, wie das zustande kommt wohl. Ja, wir haben erst gerade mal... Ja, Pi mal Daumen ein Viertel des Weges hinter uns... ...und haben da schon eine Zwangse kassiert. Aber... ...dagegen kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Ja, um mal jetzt so ein bisschen darauf einzugehen... Salzburg Rosenheim ist ja jetzt schon seit ein paar Tagen draußen. ...und viele von euch hatten jetzt auch mittlerweile selbst die Chance... ...sich das DLC zu holen... ...sich die Strecke anzugucken... ...sich die Bauherr 111 anzugucken... ...und ich bin tatsächlich... ...ja, überrascht... ...wäre vielleicht der falsche Begriff... ...aber ich bin zumindest sehr... ...erstaunt darüber... ...erstaunt auch nicht so ganz das, was ich sagen möchte. Ich bin zumindest... ...interessiert... ...dabei gewesen... ...euch... ...zuzuhören und zu lesen, was ihr so geschrieben habt. Ich habe ja... ...ich lese natürlich ja immer eure Kommentare, die ihr zu den Videos schreibt. Und da war es eigentlich so, dass wirklich die einhellige Meinung... ...mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen wirklich die war, dass die Strecke... ...unfassbar gut ist. Also sowohl die Szenerie... ...also auch der Fahrplan allein die Tatsache, dass wir jetzt gerade hier... ...an dieser 363 vorbeifahren... ...die hier noch diese... ...Eanus-Wagen hinten dran hat... ...dass wir hier mit der 111 fahren können... ...mit den Dostos... ...mit... ...der 101... ...mit... ...dem Talent 1... ...mit der 363... ...mit der 103... ...und natürlich mit allen anderen Fahrzeugen... ...auch im Freerom... ...das ist schon... ...sehr, sehr gut. Ich muss sagen, das ist eine Strecke auf einem sehr hohen Niveau... ...von dem ich mir wünsche, dass dieses Niveau dann weiterhin... ...aufrechterhalten bleibt. Jetzt in Bezug auf die Semmering-Bahn... ...ich glaube, der Release ist auch nicht extremst weit weg. Ich würde behaupten, vielleicht kommt der Release... ...so im... ...April... ...April, Mai... ...kann ich mir gut vorstellen, dass da die Semmering-Bahn erscheint. Und da hoffe ich natürlich auch, dass dann entsprechend dieses Niveau... ...das hier auf dieser Strecke vorzufinden ist... ...was die Streckengestaltung angeht... ...was die Fahrzeuge angeht... ...was den Fahrplan angeht... ...dass das ungefähr gehalten wird. Denn... ...es war ja wirklich überwältigend positiv... ...das Feedback zu der Strecke... ...und zu allem, was so die Strecke bietet. Und... ...da muss ich auch sagen, da gehe ich auch total mit, weil... ...mit Ausnahme von so ein paar kleineren Bugs... ...wie... ...dass man jetzt hier die... ...ne Bahnhofsansage mitten... ...auf dem Feld irgendwo gehört hat oder... ...äh... ...ja, was denn noch... ...dass das Fahrgast-Informationssystem... ...vom Talent 1 glaube ich nicht so ganz funktioniert... ...das sind halt Sachen, die müssen nicht sein... ...aber keine... ...das sind keine Bugs... ...meiner Meinung nach, die... ...das Spielerlebnis... ...unfassbar stark betrügen... ...ja, beim Talent 1... ...mit dem FIS vielleicht schon... ...wenn man mit dem Zug selbst unterwegs ist, dann ja... ...aber ansonsten halt auch... ...meines Erachtens eher weniger... ...und was man halt sonst noch so machen kann... ...auf der Strecke ist ja... ...wirklich viel... ...wenn wir jetzt die Freeroam aktivieren... ...dass wir jetzt hier... ...mit unserer... ...mit unserer ICE ja auch hier einfach... ...langfahren können... ...und die Baureihe 111... ...wurde von allen sehr gelobt... ...ich möchte auf das Feedback verweisen... ...von... ...von meinem guten Freund... ...dem Trainsar... ...den ihr sicherlich alle kennt... ...wenn nicht, dann gerne mal vorbeischauen... ...auf seinem YouTube-Kanal... ...der Trainsar... ...macht ja schon wirklich seit Ewigkeiten... ...Videos zum TSW... ...und zum Trainsimulator... ...und ist selbst... ...Eisenbahner in Betrieb... ...und... ...hat doch unter anderem die Ausbildung... ...auf der Baureihe 111... ...und in seinem Feedback-Video... ...hat er halt gesagt... ...dass die Fahrphysik... ...und aber auch die Sounds... ...der 111... ...für die TG-Verhältnisse... ...überraschend gut... ...dargestellt sind... ...und... ...das zu hören... ...von jemandem... ...der selbst die Lok... ...in Realität gefahren ist... ...das ist natürlich ein ganz anderes Feedback... ...als das, was ich jetzt hier geben könnte... ...im Sinne von... ...ja, das fühlt sich irgendwie gut an... ...ne... ...also am Ende ist es auch bei ihm... ...einen das fühlt sich gut an... ...aber er hat da halt... ...entsprechende Erfahrungen... ...auf die er seine Beobachtung... ...basieren kann... ...die ich zum Beispiel jetzt nicht habe... ...und die viele von euch... ...auch sicherlich nicht haben... ...denn... ...ich denke mal... ...nur die wenigsten... ...hier, die hier zugucken... ...haben eine Fahrzeugausbildung... ...auf der Baureihe 111... ...und falls doch gerne mal... ...die Kommentare schreiben... ...ähm... ...ja... ...ne, also... ...dass die Dostos mit dabei sind... ...ist für einige ein Dorn im Auge... ...gewesen... ...und ich verstehe das... ...weil die Dostos sind halt irgendwie... ...ja, man kann sie nicht mehr sehen... ...das weiß ich... ...aber das... ...die Sache ist halt... ...2013 fuhren halt genau diese Dostos da... ...auch keine andere Dostogeneration... ...auch keine... ...ähh... ...Dostos mit einer anderen... ...Einstiegshöhe... ...sondern genau die... ...die wir halt schon... ...ingame haben... ...die fuhren ja auch hier... ...auf dieser Strecke... ...von daher ist es ja... ...absolut realistisch... ...dass diese Dostos hier... ...mitgeliefert werden... ...ja, das wird ist, ne... ...und ich finde... ...dafür, dass man halt ein... ...unfassbar schönes... ...neues Fahrzeug bekommt... ...nämlich die Baureihe 111... ...ist das ja voll okay... ...die Dostos dafür in Kauf zu nehmen... ...muss mir einmal ganz kurz... ...mal... ...die Nase putzen... ...pardon... ...ja... ...ja, ne... ...also wie gesagt... ...ich finde insgesamt... ...macht die Strecke... ...wirklich viel her... ...und es ist so eine... ...sehr, sehr runde Sache... ...diese Strecke... ...also es ist wirklich... ...also die Strecke bietet alles... ...ne... ...Fernverkehr... ...Nahverkehr... ...Rangierverkehr... ...Schweren Güterverkehr... ...leichten Güterverkehr... ...da ist halt alles mit dabei... ...S-Bahn... ...alles was man irgendwie so möchte... ...Regionalbahn... ...Regionalexpress... ...so jetzt mal ordentlich reinbremsen... ...bevor die nächste Zwangse kommt... ...so... ...genau... ...also das Einzige... ...was halt hier noch streckentechnisch... ...so ein bisschen fehlt... ...ist... ...dass es jetzt noch vielleicht so eine Art... ...ja... ...wenn es noch irgendwo... ...eine... ...Stichstrecke noch gäbe... ...ne... ...dass man... ...dass es halt nicht irgendwie immer Salzburg-Rosenheim wäre... ...sondern... ...man auch vielleicht noch einen anderen Abzweck nehmen könnte... ...das wäre noch so das... ...Tüpfelchen auf dem I... ...aber... ...gleichzeitig... ...könnte... ...das vielleicht... ...bedeuten... ...wenn wir das bekommen hätten... ...dann wäre die Strecke insgesamt vielleicht nicht so gut gewesen... ...und dann hätte... ...wäre halt weniger Zeit gewesen... ...die... ...bestehende Strecke... ...Scenary-technisch... ...gut auszugestalten... ...ja... ...also... ...wir sehen ja hier links-rechts... ...wir haben gerade die Zäune... ...wir haben Vegetation... ...wir haben... ...kleinere Häuser... ...größere Häuser... ...Signalisierung passt soweit... ... Mir ist bisher kein großer Fauxpas aufgefallen... ...was die Signalisierung angeht... ...da kommt noch 111... ...also zumindest in Richtung... ...Rosenheim... ...Salzburg... ...ist mir kein Signalisierungsfehler... ...bisher aufgefallen... ...vielleicht... ...fällt uns jetzt eine auf... ...aber... ...ich habe auch bisher noch nicht... ...gelesen... ...dass jemandem... ...ein Signalisierungsproblem aufgefallen ist... ...ja... ...also die großen Bugs... ...sind eigentlich vermieden worden... ...und das ist... ...das muss man halt an dieser Stelle... ...bei... ...bei all der Kritik... ...die ja DTG sehr oft... ...und... ...in... ...vielen Fällen... ...oder zumindest in einigen Fällen... ...die auch auf jeden Fall gerechtfertigt ist... ...ähm... ...bei all der Kritik... ...muss man aber auch dann... ...das entsprechende Lob dann auch mal eingestehen... ...und ich finde dafür... ...das haben sie sich auf jeden Fall hier verdient... ...da muss ich wirklich sagen... ...das ist seit langem wirklich... ...einer der besten Strecken... ...ich war ja... ...also Main-Tal-Bahn ist halt einfach nicht so ganz meins... ...ist jetzt nicht so die Art Strecke... ...die ich persönlich bevorzuge... ...außerdem war da die Ausgestaltung... ...an einigen Stellen so lala... ...Bremen-Oldenburg ist schon eher so... ...ähm... ...meine Kategorie... ...aber... ...erst mal... ...bremsen... ...ja... ...mehr eigentlich... ...genau ne... ...also Bremen-Oldenburg da schon dann eher... ...setzt müssen wir ordentlich reinbremsen... ...ich weiß nicht ob nicht wieder ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt kommt... ...oah... ...das wird auf jeden Fall knapp... ...aber ich glaube... ...ja... ...wie sie es schaffen... ...s glaube ich... ...okay... ...ja... ...da ist die Zwangsbremse Nummer 3... ...ja... 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 ...ich habs' verstanden... ...ganz ehrlich... das ist das ist wirklich also das ist schon ja schon eine kleine blamage die ich jetzt hier hinlege an fahrskills aber hey wir machen das nur für die sound mod oh gott und wir haben nicht mal die hälfte geschafft was mache ich nur aber es war es war wirklich knapp es war wirklich sehr knapp das war vielleicht nur so ein oder zwei kmh mehr war das nicht dafür einmal ein bild sehr schön dieses wunderschöne viadukt hier einmal über die stadt wir werden hier allerdings nicht anhalten sondern durchfahren wie da so war schnell um die kurve gefahren genau das müsste was war das traum stein wo fährt er hin nicht einsteigen auch nicht einsteigen ad425 sehr schön ja 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 na gut zwangsbremsen gehören dazu ich weiß zwar nicht wann ich das letzte mal waren das jetzt drei oder waren das vier drei bis vier naja es werden vermutlich noch ein paar dazu kommen ich weiß nicht wann ich das letzte mal so viel in einem video hatte lange her aber wenigstens wisst ihr dass ich sowas dann nicht raus schneide oder einfach dann nicht hochladen das könnte ich ja auch immer noch machen dass ich dieses video einfach nicht hochladen aber ja so was also dass ich jetzt keine unfassbar guten fahrskills habe ist jedem der länger als zwei wochen dabei ist glaube ich durchaus schon bekannt der umstand ist also kein neuer okay gut dann haben wir das geklärt dann können wir jetzt einfach weiterfahren und zu tun als er nichts geschehen wissen wir was wir machen können wir können wir den niederschlag rausnehmen können wir den scheibenwäscher in die parkstellung bringen jawohl und jetzt ausschalten dann können wir jetzt mal ein bisschen hier mit freier sicht noch fahren wahnsinn was das für enge kurven doch sind oder oh gott okay glücklicherweise keine beeinflussung ich vielleicht sollte ich es einfach lassen so auf den die außen an sich zu springen oder ich höre schon die leute schreien beim zugucken so ja höre endlich auf mit der außenansicht auf wenn man die außenkamera zu gehen fair enough ihr habt gewonnen auch hier wenn man sich mal so ein bisschen die direkte randgestaltung angucken diesen zäunen das sieht schon irgendwie ganz cool aus was würde ich dafür geben jetzt lieber im bordbistro zu sitzen und einen kaffee zu schlürfen und mir hier die vorbeiziehende landschaft anzugucken als jetzt hier im führerstand zu sitzen und arbeiten zu müssen aber es ist tatsächlich vielleicht der arbeitsplatz mit der schönsten aussicht überhaupt sofern man nicht durch war eine eikel durchfahren muss auch cool da dieses haus oder dazu wohnen wohnt da einer von euch falls ja gerne mal die kommentare da darf eine kleine sache die mir nicht so gefällt dass die vegetation so wächst statt dass sie so wächst ich glaube das ein bisschen unrealistisch ich hatte kurz das gefühl dass ich jemanden schreien gehört habe weg da vom bahnsteig der ist rutschig bitte fallen sie nicht aufs gleis danke also ich glaube wenn man hier aus der gegend ist und da hat das haben jetzt einige auch schon in die kommentare geschrieben die auch hier aus der gegend sind man kann die strecke schon unfassbar gut wiedererkennen die landschaft ist sehr sehr gut nachgebildet die bahnhöfe sind sehr akkurat nachgebildet streckenführung sowieso das ist dabei jetzt nichts neues ehrlicherweise dass das dass die streckenführung gut ist dass die gleise gut gelegt worden sind da an dieser stelle noch ein kleines shout out an den dijon senf vom team team endstation zug syndrom oder so ähnlich der die gleise hier gelegt hat hat er mir im letzten video zur chiemseebahn die wir uns gleich noch mal angucken könnte in die kommentare geschrieben ein großer name aus dem train simulator bereich der unter anderem die strecke projekt roter knopf gebaut hat nachdeburg randstadt das ist eine fiktive strecke die glaube ich sowohl schnell der helferstrecke als auch nahverkehr abgebildet hat in deutschland eine strecke die von der community auch sehr gelobt ist und sehr wertgeschätzt wird genauso wie eben der dijon senf der über alle maßen gewertschätzt wird und der jetzt halt mittlerweile den train simulator ad acta gelegt hat wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und sich auf den tsw fokussiert und da dann eben als second party für die tg gearbeitet hat und arbeitet und zwar was so die gleise das verlegen von gleisen angeht den gleisbau hier bei der strecke den haben wir hauptsächlich ihm zu verdanken der war auch schon ich glaube bei der vorallbergbahn auch schon mit dabei beim gleis verlegen und ich bin mir ziemlich sicher dass bereits für die nächste deutsche strecke ebenfalls die gleise falls sie dann schon gelegt worden sind wohl von ihm auch verlegt werden und wie es bei wie es bei semmering aussieht weiß ich weiß ich jetzt nicht aber kann ich mir auch sehr gut vorstellen dass dass er da auch seine hände mit dem spiel hat also wirklich eine eine second party die eben schon wohl bekannt ist aus dem train simulator und das auch vollkommen zu recht und jetzt hier im tsw mit dabei ist und entsprechende arbeiten eben für die tg erledigt weil das muss man halt einfach auch sagen das kann er vielleicht auch noch einfach zum beispiel als jemand der selbst aus deutschland stammt vielleicht besser vielleicht realistisch als jemand der aus uk ist dem ein bestimmtes verständnis vielleicht für streckenführung fehlt einfach weil man nicht aus deutschland kommt und da ist es halt gut zu wissen dass das in guten händen ist dass da ein experte daran sitzt der halt wirklich auch das was er da so macht ja ein verständnis davon halt eben hat ansonsten wie auch sonst bei den anderen deutschen strecken lukas klimtschick mit dabei gewesen der die strecke gebaut hat ganz klar ich glaube bei der baureihe 111 hatte dann auch wieder mike golds denke ich mal seine finger mit dem spiel gehabt auch wenn das nicht zu 100 prozent bestätigt worden ist aber die vermutung liegt nahe und ja genau also die üblichen verdächtigen die halt eben in den letzten monaten und monaten und jahren dafür gesorgt haben dass die qualität im tsw was deutsche strecken angeht kontinuierlich gestiegen ist das muss man einfach feststellen vergleicht mal diese strecke mit rapid transit das ist immer so mein lieblings beispiel oder mein liebster vergleich wenn man einfach mal ja ähm da gibt es ja einige die regen sich immer gerne und ständig über den simulator hier auf ähm wenn man einfach mal vergleicht wie viel da sich schon verändert hatte ihm seit rapid transit und damit meine ich jetzt nicht einfach nur die quantitative anzahl an streckenden fahrzeugen die es mittlerweile gibt sondern eher so die technische perspektive da muss man schon festhalten dass der tsw einen weiten weg mittlerweile zurückgelegt hat ne also sei es nun der editor der endlich da ist sei es der free rom modus sei es der livery designer der überarbeitete livery designer der szenario planner und die mittlerweile überarbeitete version auch von dem der creators club mit denen man repaints dann auch noch teilen kann was auch ja ein an sich ganz gut funktioniert perfekt dass der creators club nicht aber ähm also es ein bisschen so ein proof of concept dass es halt eben klappt all die mods die es gibt die die mittlerweile hinzukommen sind also was da die community noch nebenbei geleistet hat ist ja auch unfassbar ich glaube alleine ich habe schon über 100 mods installiert gerade von denen auch mindestens weiß ich nicht drei vier aktuell jetzt gerade in diesem moment greifen das ist einmal die sound mod für die ähm für die 403 das ist einmal die mod die ähm die lichter der signale ein bisschen bearbeitet damit sie etwas besser deutlich sind dann ist es die god mode die da mit läuft und sicherlich gibt es noch ein zwei andere mods von denen ich gar keine ahnung habe dass sie aber auch gerade hier noch äh mit dabei sind also auch das ist wirklich einfach nur wert zu schätzen und da auch nochmal ein ganz ganz großes dankeschön falls irgendjemand aus dem modding bereich zuguckt dankeschön ihr macht wirklich eine unfassbar gute arbeit ähm bei der es mir manchmal leid tut dass da die konsolenspieler innen nicht von profitieren können aber das ist halt eben die sache da wenn man sich eine konsole kauft dann ist das halt so nur dann ist das ganz klar dass da modding nicht funktioniert das liegt ja auch nicht an dtg oder so das ist ja bei jedem anderen spiel genauso dass es auf pc und konsole gibt ne also also sei es nun gta oder sonst was äh nirgendwo funktionieren mods ich weiß nicht mehr ehrlicherweise ob transport fever äh eine mod einbindung mittlerweile drin hat wurde das nicht mehr angekündigt für transport fever 2 dass mods auch auf der konsole funktionieren sollen funktioniert das ist das so weiß ich gar nicht aber ich habe auch transport fever nicht auf der konsole sondern eben nur auf dem pc oh wunder ja und dann natürlich auch sowas wie sowas so technisch dazu gekommen ist sei es zum beispiel sei es zum beispiel österreichische signalisierung sei es dann die lzb technik die wir auch nicht von anfang an hatten das überarbeitete lichtsystem dass es seit tsw 3 gibt die fahrgast informationssysteme die gab es ja auch erst mal nicht ne das kam ja erst mit münchen augsburg seitdem haben wir erst fahrgast informationssysteme die funktionieren ja und all diese sachen und noch so viel mehr was ich jetzt gar nicht alles alles erwähnen kann ähm hat mittlerweile den weg in den tsw gefunden was nicht heißt dass der simulator perfekt ist es gibt nach wie vor sehr viele baustellen ähm sehr viele technische probleme an den einen oder anderen stellen die auch nach wie vor ähm ein thema sind aber ich glaube wenn man sich zu sehr verrennt in dieses alles was nicht klappt was nicht gut ist dann ganz ehrlich und das gilt auch über den simulator und spielaspekt hinaus wenn man halt immer nur das schlechte und das falsche und das negativen allem sucht dann wird man sowieso niemals glücklich mit irgendwas werden ne also kritik ist da natürlich absolut erlaubt konstruktive kritik ist absolut erlaubt wenn irgendwas nicht funktioniert was funktionieren sollte wie ähm zum beispiel dieses suspensions update ne ja her damit mit der kritik vollkommen legitim vollkommen berechtigt möchte ich auch niemand mit irgendeiner form die berechtigung absprechen ähm dass dtg damals in diesen dieses suspensions upgrade ähm versprochen hat und es ist halt immer noch nicht da sie arbeiten dran aber es ist halt noch nicht da da kann man halt wirklich sagen so hey dtg ihr habt das gesagt wo bleibt das denn eigentlich und was ist eigentlich mit diesem signal da vorne los oh ich glaube wir haben halt zeigen das signal voraus ja irgendwie ist der sound gerade weg ja das kann jetzt halt mit dieser mod zusammenhängen die ist halt wie gesagt work in progress und jetzt habe ich die schnell bremsung aktiviert die ist halt work in progress ich glaube ich muss wirklich die stürmer die folge aktivieren ja wobei ja es geht ich höre irgendwelche menschen hätte die auch da wahnsinn so jetzt haben wir auch wieder sounds sehr gut da muss man mal einfach mal in die außenkamera springen und dann sind sie wieder da da ist der 500 herz magnet der ja der der nicht an ist weil das signal nicht mehr halt zeigt das ist ganz klar aber weiterhin halt zu erwarten aussagt wir lassen einfach mal rollen ein bisschen leistung geben wir mal rein immerhin jetzt etwas bergauf das ist auch ganz cool dass man hier so kinder hört und vögel das ist schön gefällt mir so den zwerg können wir hier vorne ignorieren und dann müssen wir tatsächlich da vorne anhalten aber warum auch sehr schön hier sind wir bei prien am chiemsee müsste das eigentlich sein genau aber eigentlich ganz gut dass wir anhalten dann können wir wenigstens uns nochmal die chiemsee bahn angucken die hier rechts jetzt gleich auftauchen wird rechts neben dem bahnhofs gebäude hier die 111 grüßen wir einmal ganz kurz mit dem makro auch jedoch keine chiemsee bahn weil das signal um weil das signal umgesprungen ist das heißt also der 500er ist auch aus dann können wir uns auch wieder befreien und beschleunigen aber nicht zu sehr wir gucken uns trotzdem einmal kurz die chiemsee bahn an ah schön hier im schnee toll toll so jetzt frage ich mich natürlich was für ein zug voraus haben ob das ein güterzug ist ein regionalexpress beziehungsweise fährt er glaube ich gar kein regionalexpress hier lang sondern eine regionalbahn ist ja doch mittlerweile auf dem letzten drittel der strecke angekommen hat ja lang genug gedauert mit den ganzen zwangsen muss man da auf jeden fall zu geben so schauen wir mal wie das nächste signal aussieht sehr schön die schranken schließen sich sehr schön kommen wir gerade noch sehen wie sich die schranken schließen und dann müssten sich die schranken ja ist ja gut hier kriegt der sterne mercedes fahrer jetzt kannst du fahren ja fahr doch okay gut dass wir wieder im führerstand sind denn wir haben halt zu erwarten solche ausflüge in die außenkamera kann man sich mit dem ICE ganz gut erlauben denn der hat ja eigentlich ganz gute bremseigenschaften und vor allen dingen ist es ja dann nicht schlimm ähm zu bremsen glaube ich jetzt zumindest zu bremsen wenn noch leistung aufgeschaltet ist da geht jetzt technisch gesehen nichts kaputt sollte man glaube ich trotzdem nicht machen aber es geht halt nichts kaputt okay das nächste signal ist anscheinend auf grün umgesprungen dann bleiben wir mal bei den 85 ähm aber so viel in die außenkamera mit der 111 oder auch 110 oder sowas zu springen oder auch mit der 103 das geht natürlich nicht weil bevor wir da bremsen bevor wir da bremsen dürfen müssen wir da natürlich warten bis das Schaltwerk komplett runter gelaufen ist weil wenn wir bremsen während das Schaltwerk noch runter läuft aber noch nicht alle Fahrstufen abgelaufen sind dann kann das ja wirklich zu erheblichen Schäden führen beim Motor oder wo genau weiß ich jetzt nicht an welcher Stelle in der Lok aber auf jeden Fall kann das zu erheblichen äh technischen Schäden führen dann stellt sich also die Frage ähm was ist dann schlimmer ist es schlimmer dann am Ende abgeschossen zu werden von der Bremskurve von der PZB oder ist es schlimmer dann die Lok zu zerstören ich würde sagen letzteres ist schlimmer idealerweise passiert nichts von den beiden und daher muss man da auch glaube ich tendenziell eher am Führerstand sein um halt ähm von genug Distanz aus zu erkennen wenn ein Signal Halt ankündigt oder langsam fahrt dass man halt eben schon vorzeitig die Fahrstufen ablaufen lassen kann dazu hat man dann in der Regel dann ja in der Realität ähm ein Buchfahrplan oder ein Ebola oder auch einfach entsprechende Streckenkunde aber die haben wir halt nicht also Streckenkunde jetzt langsam schon aber Buchfahrplan und so haben wir nicht dafür haben wir hier unser Fernglas und ich finde dafür dass wir kein äh kein Buchfahrplan haben ist das eine ganz ist das äh ist das okay nicht ideal aber ich meine haben wir ein Fernglas ne wirklich tolle Lichtverhältnisse also wirklich in diesen Lichtverhältnissen zu fahren macht so unfassbar viel Spaß wie es am frühen Morgen oder am späten Abend das kann der TSW wirklich sehr sehr gut und die Strecke ist einfach nur zu loben dieses ganze links von links nach rechts und von rechts nach links Kurve an Kurve es ist wirklich einfach eine gute Strecke die da ausgewählt worden ist viele hätten sich auch glaube ich München Rosenheim gewünscht was nicht ist kann ja noch werden nur weil wir jetzt Salzburg Rosenheim haben heißt es ja nicht dass es nicht auch irgendwann noch München Rosenheim geben kann aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dieser Strecke denn sie bietet auf jeden Fall sehr viel und ich glaube mehr als München Rosenheim was so zumindest Fahrzeugvielfalt angeht die realistischerweise umgestellt umgesetzt werden kann denn immerhin haben wir dann hier ÖBB Verkehr in Österreich und haben ja auch die ÖBB EuroCities mit der 1116 die ja dann auch bald im Fahrplan auftauchen werden wenn man die Semmeringbahn besitzt und mit München Rosenheim hätte man ja beispielsweise die S-Bahn-Züge der ÖBB ja nicht schon mal nicht im Fahrplan klar München Nordbahnhof hat extremst viel Zugverkehr aber nicht alles davon kann realistischerweise nachgebildet werden weil einige der Fahrzeuge uns ja halt definitiv fehlen unter anderem ein Intercity Steuerwagen der nach wie vor für die Intercities fehlt oder okay ich weiß gar nicht was sonst noch so 2013 in München unterwegs war aber sicher auch die ein oder anderen Triebzüge Elektro Triebzüge die wir noch nicht haben im Game das heißt also auch da hätte man beim Münchner Hauptbahnhof ja müsste man so ziemlich kommt ein Kompromiss eingehen was das Rollmaterial halt eben angeht und dann haben wir halt wieder wie bei München Augsburg einen vergleichsweise leeren Hauptbahnhof in München und ich weiß nicht ob das die bessere Alternative ist ehrlicherweise ich glaube nicht ich bin schon mit der Streckenwahl ganz zufrieden dass es eben dieser Teil der Strecke ist einfach weil der auch den internationalen Verkehr beinhaltet gut klar alle Züge die alle Fernverkehrszüge zwischen München und Rosen zwischen Salzburg und Rosenheim würden auch auf München Rosenheim unterwegs sein weil ja deren Ziel München hoppern was das ist gesteht außer Frage aber ich habe ja nichts dagegen wenn wir dann doch eher mal in München wieder in Salzburg unterwegs sind und da einfach mal wieder einen Bahnhof haben der nicht in Deutschland liegt ich finde das gibt dem Ganzen schon sowas Besonderes auch mit der Trendstelle und so das ist schon es ist schon gar nicht gar nicht mal so übel macht auf jeden Fall schon viel Spaß so da vorne ist das halt zeigende Signal und da kommt uns der Gegenzug entgegen wir können ja mal ganz kurz einmal aufblenden aufblenden 185 und das Signal ist umgesprungen wir befreien uns auch wir befreien uns auch der Nachtzug fährt fährt er auch der Nachtzug der zwischen München und Innsbruck fährt fährt er auch über Salzburg weiß ich gerade gar nicht weil ich meine schon dass er zumindest über Freilassing fährt aber dann ob der dann auch über Salzburg fährt weiß ich tatsächlich nicht auswendig und der Nachtzug München Mailand vielleicht ja dann auch also kann ich mir sehr gut vorstellen dass das halt einfach die Strecke ist die die man nimmt um auch nach Italien dann am Ende zu kommen zumindest bis Salzburg und dann ab da weiß ich dann nicht so genau aber gut wird ja irgendwie Sinn ergeben wenn es dann danach Richtung Innsbruck geht und dann halt über den Brenner hoch aber andererseits gibt es auch glaube ich verschiedene Strecken wie man um oder ja über den Brenner kommt so Rosenheim ist jetzt auch nicht mehr weit entfernt noch elf Kilometer der Bahnübergang ist sehr spät runter gegangen sehr sehr spät also er ist runter gegangen aber sehr spät so wir müssen wieder anhalten ich will es jetzt gar nicht zu laut sagen aber nachdem wir sehr schwach gestartet sind mit drei oder vier Zwangsen hat es seitdem eigentlich ganz gut geklappt oder überraschend äußerst überraschend und da vorne ist dann jetzt doch mal das Signal das Halt zeigt und uns vermutlich dann auch zum Halten bringen wird außer es springt auch wieder um so wie die letzten drei vier Hauptsignale ja gut so viel dazu okay dass das das Halt zeigende Signal das war nicht mal für uns sondern das Halt ankündigende Signal war für uns oder doch genau ja das war das Vorsignal das ich gesehen habe und verwechselt habe mit diesem Halt zeigenden Signal da links so ich beschleunige mal jetzt nicht allzu stark sonst werden wir beim nächsten Signal ja eh wieder halten müssen hoch 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 die haben englisch gesprochen witzig dieses gebrabbel das war definitiv englisch weiter ist es dann noch nicht mehr bis salzburg haben wir dann auch beinahe geschafft 7,5 kilometer noch und dann sind wir angekommen und da endet dann unsere schicht für heute wir werden dann wieder den nächsten zug glaube ich übernehmen müssen der danach salzburg fährt habe ich vorhin gesagt dass wir jetzt in salzburg ankommen werden ich weiß es nicht mehr ich habe es vergessen falls ich das gesagt habe dann stimmt das natürlich nicht dann wir kommen jetzt gleich in rosenheim an und nicht in salzburg da sind wir losgefahren wisst ihr welchen zug ich unfassbar gerne haben wollen würde den villa roti ich finde meines erachtens ist der villa die der schönste ich weiß das ist eine kontroverse meinung glaube ich auch da der bahnübergang sehr spät wieder runter gegangen na also ich glaube dass mit dem velaro d ist eine kontroverse meinung auch hier der bü also was da los dtg der müsste so zehn sekunden eher schließen also wie gesagt velaro d meines erachtens der schönste ic e der ic e 3 baureihe 403 oder 406 folgt meines sachen ist dann darauf was so die ästhetik angeht danach finde ich kommt so ic e 1er ic e 2er die sehen ja auch sehr ähnlich aus die zumindest die triebköpfe danach der ic e 4er und am hässlichsten finde ich persönlich den ic e t aber das ist eine sehr willkürliche bewertung dass können natürlich andere anders sehen ist ja auch vollkommen legitim das ist ja wirklich nur so eine geschmacksfrage und da kann man ja auch sehr sehr gut verschiedener meinung sein so dass er steht für weiß ich gar nicht wofür steht dass er also ja klar rosenheim ja für rosenheim natürlich steht dass er dafür wofür auch sonst einmal über den in sehr schön und dann haben wir einen halt mit verkürztem bremsweg zu erwarten wenn ich das signal richtig in ziffer so wie eine weiterfahrt mit 40 und dem richtungsanzeiger r von dem ich bin mittlerweile sehr sicher bin dass es für rosenheim steht bestätigen wir natürlich das halt zeigende signal steht nicht für uns dort ich frage mich jetzt allerdings nur ob das hauptsignal ja also wir halten den rosenheim in 1,8 km an und wenn das hauptsignal hier steht dann ist das noch vor rosenheim ja dann doch mal ein bisschen rein bremsen denn wir hatten ja in verkürzten bremsweg angekündigt bekommen und hinter der kurve ja da ist es auch schon flackert das auch schon ganz leicht rot auf jeden fall eine sehr böse stelle für ein hauptsignal hinter dieser kurve so gab es nicht irgendwie vom money diese entsprechende sound mod wenn man irgendetwas drückt im ICE da das dann die durchsage kommt dass wir vor einem halt zeigenden signal stehen auf jeden fall bei der 101 ja und bei ein paar anderen fahrzeugen auch aber ich glaube nicht dass das beim ICE 3 hier verbaut ist ne wir schauen einmal auf die karte um mal zu gucken was uns da den weg blockiert ich vermute ein zug chances are good dass es tatsächlich ein zug ist und nicht irgendwas anderes ja ein güterzug sogar der allerdings in diesem augenblick ausfährt das heißt also wir werden in wenigen augenblicken dann auch die fahrt gestellt bekommen und das letzte mal heute hier anfahren den letzten signal block durchfahren ja können die bremsen eigentlich eh schon lösen die afb haltebremse ist angelegt jawohl und ein letztes mal den sound genießen so 500er sagt nie aktiv also aufpassen so der müsste jetzt eigentlich gleich ausgehen müsste 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 guck mal dahinter sieht man sogar noch was gelbes ok jetzt ist der 500er aus 85 blinkt mit 1000 herz beeinflussung dann dürfen wir 40 fahren und machen das ganze jetzt auch ok einmal über diese weiche meine damen und herren wir kommen in wenigen augenblicken in rosenheim an der ausstieg befindet sich in fahrt richtung rechts leistung nehmen wir schon mal raus da sehen wir noch ein paar sehr schöne züge abgestellt was ich etwas schade finde ist dass repaints nicht spawnen im fahrplan weil so viele 111er repaints wie ich bereits installiert habe ist das ein ding der unmöglichkeit dass da jetzt nicht zufälligerweise eins spawnt wenn das nicht deaktiviert wäre wir sagen einmal in rosenheim bescheid dass wir da sind fahrschalter ist auf aus und wir fangen an rein zu bremsen und dann halten wir vorne an sehr gut geben die türen frei ja und eigentlich mit diesem blick hier von dieser brücke verabschiede ich mich von euch bedanke mich ganz herzlich fürs zuschauen und hoffe ihr seid beim nächsten mal dabei alles gute alles liebe ciao ciao bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.